Grüezi, liebe Leute, herzlich willkommen beim neuen Video bei mir am Kanal, neben mir sitzt der Tobi vom Kanal Alpinefax, bevor es gleich runtergehen wird im Video, die Message, diejenigen, die bei ihm noch nicht dabei sind, und auch bei mir noch nicht dabei sind, unsere beiden Kanäle unbedingt abonnieren, wir schießen jede Woche mindestens ein Video raus, also da versammt es nichts, es ist jetzt richtig lässige Touren, genauso wie diese Touren, die ihr jetzt seht, und zwar werdet ihr zu sehen, wie wir gemeinsam mit dem Flo, der jetzt da hinten ist, den ihr am Anfang gesehen habt, über dem Festegrad auf dem Dom, das ist der höchste eigenstellige Berg in der Schweiz, gegangen sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, eine gute Unterhaltung und den Film ab! Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag! So schaut's aus, gell, Flo? So schaut's aus! Ja, ja, Mahlzeit! Flo, wo fahren wir hin? Immer Richtung Schwitz! Schwitz! Hopp, Schwitz! Da! So schaut's aus! So schaut's aus! Tu fah yeah! Da! Was? Da! Du wirst duwen? Die? Wo? 400! Dann! 3! Da! Baby, you just have to know You got me round your finger You got me in a twisted state of arms But I refuse to see it Yeah, you can turn me upside down Turn my heart inside out But I've never given up Do it again, just do it again Sleep is for the dead and love is for the wicked Maybe till I reveal pain Yeah, you can turn me upside down Do it again, just do it again Give it to me, give it to me Just do it again Give it to me, give it to me Sehr cool Yeah, a bit sharp Yeah, exactly Voll in the Steigeisen Randa is now besetze Von Österreichern und Garmisch Fiktion Uto Hallo Franz Servus Tobi You are already on the phone Ja, we thought I must film how you make a video Now we are going to be scared Letzte Trinkmöglichkeit bis zur Domhütte Wir gehen jetzt in Mitten durcheinander Das ist ein ganz netter Ort Fast ein bisschen was von Zermatt, Zaskrund und so Und da seht ihr eh Domhütte mit wie vielen Stunden? 4 Stunden 25 4 Stunden 25 Da hört ihr sie eh, Tobi Ja Wenn sie es genauer wissen, wo jetzt könnt ihr bei ihm auch nachschauen Der hat auch wieder dazugemacht Ja, aber ich habe auch Ja Doom Gehen wir zum Doom So eine Domhütte 4 Stunden Da seht ihr jetzt in Flo, da schaut sich die Landschaft an Ist schön, gell Flo? Super Panorama Super Panorama Gemüse? Ja, ist schon gemüsig Schon gemüsig? Ich gehe mal durchs Gemüse weiter Flo, was ist mit dem Hüttenzustieg? Schön ist er Schön, gell? Ja Er ist sehr abwechslungsreich Einmal ist die Erde trocken Und jetzt da ist es zum Beispiel wieder ein bisschen feuchter Aber abwechslungsreich ist er vor allem deshalb Weil es landschaftlich abwechslungsreich ist Da hinten drinnen Versteckt sich das Weißhorn wunderschön Rechts oben das Bruneckhorn 3800 irgendwas Und Da hinten geht es dann glaube ich rein Richtung Sinalrothhorn und so Ja 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 So jetzt seht ihr schön oben aufs Weißhorn Die Ostflanken und Gipfel versteckt sind in die Wolken Und da vorne der Spitze Ist das wunderschöne Sinalrothhorn 4241 Meter meine ich Ja Jo Leute, das müsst ihr euch jetzt geben Da vorne ist eine Hängebrücke Die geht von da Da ganz um mich Das zeige ich euch jetzt mit der anderen Kamera Das müsst ihr euch mal schauen, Leute So ein Teil, oder? Gewaltig Zinalrothhorn Und da Gipfel von Andi und mir letztes Jahr Weißhorn Der wunderschöne weiße Riese So, da unten die Hängebrücke Und immer im Anblick vom wunderschönen Weißhorn geht's auf Okay Flo was sagt Das Tempo Die Temperatur Anzeige Heiß bedeutet 40 Grad plus 40 Grad plus 40 Grad plus Schatten Im Schatten In meinem Schlauch ist noch Saft drin Ja Wie viel hast du denn übrig von den 30 Liter? Ah 25 25 Ihr seht's Der Wasserverbrauch ist hoch Und selbst der Tobi bei einem Hüttenzustieg 5 Liter trinkt Dann sagt das einiges aus Ja So Alpine-Effekt Und Flo von Alpine Momente Im Klettersteig Im Klettersteig Ja So gehen's lehrbuchmäßig Aber Ich hab's eh am Anfang vom Video eingeblendet Wir sind nicht immer lehrbuchmäßig unterwegs Da unten ist die Europa-Hütte Von da unten voran da sind wir hergekommen Weißhorn Ganz mächtig Und das jetzt Den Tobi der A dokumentiert An der Stelle Einen schönen Gruß wieder an Don Raphael Der Flo macht dann auf Don Raphael Und geht abseits der Wanderwege Er erkundet Territorien Er erkundet Territorien Die nie zuvor ein Mensch gesehen hat In den Latschen In den Latschen Genau Dann Raphael wenn du zuschaust Dein Alpspitz Und Watzmann Video sind sehr inspirierend So schaut das aus Wenn der Tobi den Flo filmt Flo Schau mal her In zwei Kameras Ja da oben wird jetzt immer mehr Zerklüftet Schaut euch das einmal an Und da vorne So sieht man jetzt das erste Mal Das Matterhorn Da das mächtige Zinalrothhorn Und da das wunderschöne Weißhorn Das müsste dann übrigens Das Bruneckhorn sein Ja es ist da rauf zur Domhütte Die letzten 100 Höhenmeter Doch relativ so anspruchsvoll Und der Fels ist ziemlich rutschig Da hilft die Vibramsohle auch nicht viel So das ist jetzt dann so eine Seilversicherte Passage Und weil der Flo nicht der beste Kletterer ist Jetzt habe ich ihm da so Stufen reingelegt Dass er auch problemlos raufkommt Danke Franz Ja gern Flo Willst du mir die Hand Ja warte sicher klar Warte komm ich hüfte rauf Boah Boah Danke meinst du Leute so geht das Die Kameradschaft ist sehr wichtig in den Bergen Gemeinsam werden wir Stark 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 Und auf dem Dom stehen Das ist nicht burchig Das ist wunderschöner Fels Schönste Plattenkletterei Das ist es ganz schön Das ist ein solches Das ist ein solches Das ist ein solches Da unten ist jetzt das Gelände floch geworden und es kann nicht mehr weit sein zur Domhütte. Mittendrin ist wirklich einmal eine knackige Passage. Sehr abwechslungsreich da oben. So wunderschön ist da der Ausblick von der Domhütte bzw. nicht ganz von der Domhütte. Ihr seht da vorne den Tobi und den Flo und da vorne ist die Domhütte. Nicht mehr weit und dahinter wunderschöne 4000er. Genial. Einfach genial. Wunderschöne Gegend. Wunderschön. Hat sich schon wieder auszahlt in die Schweiz zu fahren. Wahnsinn schön. Juhu, wir sind am Berg. Domhütte SAC. Peace. Peace. So wir sind hier im Verpflegungsraum. Die haben das Eddinger alkoholfrei auf 3000 Meter. Genial. Geil. Da ist man der Heimat nicht weit entfernt. Nein, da sind wir sicher in Deutschland gerade. Ich glaube, wann gehen wir auf den größten Gletscher von Deutschland? Mit Sicherheit. So und da werden wir jetzt die Schuhe deponieren. Ich bin froh, dass ich die Streifen mitgenommen habe. So und wir treffen uns jetzt dann auf der Terrasse, oder? Jawohl. Jawohl, Terrasse. Geniale Aussicht, oder? Was sagt ihr da? Schaut euch das an. Einfach nur herrlich, herrlich, herrlich. Schön ist da. Was heißt es? Ich brauche euche. Ja. Möchtest du sein? Ja, wir haben alle, was schon gesagt, was Literally? Was? Möchtest du? Ich bin doch nicht. Ja. Das ist ein直男 ins Zimmer. Ja, ich bin doch nicht. Das ist bestimmt ein Bundeskanzon. Aber dem der Unterk Wendy der Unterkunft ist. Das ist ja. Das ist ein Partner. Du möchtest du ich. Du möchtest, ihr seid? Du möchtest. Ja, das ist wirklich gut. Da oben ist das Züffelmorgen, Dom. Was sagt der Wiener Geschmack? Super. Super Essen. Super Essen gibt es auf der Domhütte. Wirklich? Ja. Mahlzeit. So Tobi. Genau. Hast du dich schmecken? Genau. Immer schön vegan. Plantita. Genau. So Tobi. 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 Wir haben uns jetzt den Sonnenuntergang angeschaut, die Sonne ist mittlerweile schon weg und für uns geht es jetzt in den Raum Teschhorn, wo wir dann schlafen. Wir wünschen euch eine gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen vom Frühstück. Es ist jetzt ungefähr 3 Uhr und ich muss sagen, es ist ein bisschen hektisch hier in der Früh. 2.30 Uhr sind geweckt worden und wir sind die allerletzten, glaube ich, die zum Frühstück gekommen sind. Aber der Vorteil ist, uns stresst keiner, weil wir haben niemanden, der uns rauf zahlt. Wir müssen das alles selber machen. Die Einzigen, die uns gestresst haben, waren die Wirtsleute. Wir müssen jetzt noch einmal essen gehen. Und das machen wir jetzt zur Mahlzeit. Und dann gehen wir auf den Don. Da ist alles angeschrieben, da haben wir 6 Stunden. Hier sind wir. Dort oben sieht man bereits Lichter. Die ersten Leute, die schon unterwegs sind. Beziehungsweise wir sind ja die letzten. Der Weg von der Domhütte, durchwegs gut. Ausgetreten und markiert. Mit Steinmännern. Anseilen. Brav. Nach Lärmeinung. Genau. Und Bremsknoten haben wir auch drinnen. Allerdings Sackstich und kein Schmetterling. Geh Flo? Ja. Weil ich kann nur einen Sackstich. So liebe Leute, da seht ihr Flo. Wir sind jetzt gerade beim Einstieg Richtung Fest. Ich hoffe. Genau. Der Tobi macht sich seinen Gurt noch schnell fest. Und das ist die wunderschöne Morgenstimmung. Ich habe am Gletscher fast nichts gefilmt, weil meine Stirnlampe eingegangen ist. Aber wir haben uns richtig eingeschätzt. Es ist hell geworden und nicht dunkel geblieben. Und da geht es jetzt hinauf. Da kommen jetzt der Herr, der Tobi. Und der Flo. Es ist richtig episch da. Episch, Wahnsinn. Ist doch episch, oder Leute? Schreibt es euch rein. Genial. Genial. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Schaut euch das an. Weißhorn. Mega. Wahnsinn. Sehr geil. So, jetzt sind wir weit besser an. Gut rauf gekommen. Jetzt sind wir auf so einem Grad. Gebläht. Gebläht, die Gschäden. Gebläht, die Gschäden. Gebläht, die Gschja. Wir schauen uns an. Hier sind wir jetzt hergekommen, Reishorn und vermutlich ist es auf der Kuppe, wo der Tobi ist, eh schon Schluss und dann geht es wieder ins Steigeiß und fängt es rein, was wir da so rauf So, wir sind da jetzt im oberen Bereich vom Festlgrat, war voll die geile Kletterei, voll cool und jetzt geht es da halt so 45 Grad ein bisschen rauf und da haben wir gesagt, dass wir das jetzt sichern und da kommen uns jetzt eigentlich all zwei Eisgeräte voll zugute, die wir dabei haben und ja, jetzt schauen wir da rauf, voll cool, freue ich mich schon so, die zweite Zeit länger steigt der Tobi vor, der Flo sichert, jetzt kann ich filmen, voll cool jetzt hin, schauen wir, gell, ich finde, das passt schon so, ein festes Pulver haben wir da, was ist das für ein Pulver? Eispulver, gewaltig, da können wir uns laufen wir mal in den zwei Havara, genialstage, wuuuuh so, die letzten Meter, gewaltig so, die letzten Meter sind jetzt nicht mehr, die drei, die drei, die drei, die drei Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir sind jetzt beim, nein, wie heißt das Joch? Feste Joch, im Feste Joch sind wir hier oben und jetzt müssen wir da noch runterkackseln, wo wir in der Früh rauf sind. Den Einstieg haben wir schon gefunden, so schaut es da aus. In der Früh war es natürlich noch finsterer, außer Absturzgelände, da muss man aufpassen. Man muss eben da wirklich schauen, wo man rauf geht, dass man im kompakten Fels bleibt und eben nicht wie da drüben in den Bruch rein rennt. Ja, ich bin schon gespannt, wie uns unsere Spur nachher runterführt. Sehr zerrissen. Ja Leute, ich habe jetzt beim Abstieg relativ wenig gefilmt, weil da waren viele Spaltenbrücken, die schwindlig waren, wo wir uns konzentrieren haben müssen. Da drüben bekommt ihr einen kleinen Einblick auf was für ein Gletscher, dass man sich da bewegt. Da drüben bekommt ihr einen kleinen Einblick auf was für ein Gletscher. Und jetzt gibt es einen kleinen Einblick auf was für ein Gletscher. Amen. Amen. So Leute, ich bin jetzt echt froh, muss ich sagen, dass man den Gletscher mit 60 da oben wieder ausschaut. Der war wirklich mit sehr vielen schwindeligen Schneebrücken ausgestattet. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir den jetzt gut hinter uns lassen haben und dass wir eigentlich jetzt keine objektiven Gefahren mehr haben. Gell Flo? Fix. Jetzt gibt es Pappe auf der Hütte und da oben am Dom waren wir. Das war schon sehr nice. Das war richtig mega nice. Ja, fast fast epic. Genau. Aber könnt ihr eh in die Kommentare schreiben, ob ihr es epic oder nice gefunden habt. Wow. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Der Tobi, der Flo und ich, wir werden uns heute so richtig feiern. Mega. Gell? Ja. So geht's. Ja. Schaut mal, da unten sind ein Haufen anmaßen Menschen. Oh. Ich muss jetzt noch einmal chillen. Ja. Chillax. Das ist doch kein neues Wort. Das kommt aus Wien, oder? Das hat der Falco erfunden. Genau. Das sagt der Wiener Unterknau. Für manche Leute ist das ein neues Wort. Ja, man kann nie aus lernen. Das ist eben auch so eine Sache bei mir. Ich habe zwar studiert, aber ich lerne immer neue Sachen. Und zum Beispiel das Neueste habe ich von dir. Das gefällt mir voll. Nice, ja. Ja, und überhaupt. Ich habe mich jetzt mit der Jugendsprache ein bisschen auseinandergesetzt. Da ist ja dann auch eben, man feiert sich oder so irgendwie. Das ist ja, das ist voll die schöne Sprache, finde ich. Ich feier das voll. Ja, aber das ist wirklich, das ist eine schöne Sprache, weil zu meiner Kindheitszeit, da hat es dann geheißen Oberaffen tippen, geil und lauter solche Sachen. Und das ist aber keine schöne Sprache. Aber wenn man was feiert oder so, ist es doch echt positiv. Ich glaube, ich muss jetzt einen Seil drauf machen mit dem Flo. Was? Mit dem Flo mit seinem Seil. So, dass ihr mal seht, wo wir in der Nacht zugestiegen sind. Das ist das Gelände hinter mir. Und jetzt sind es nicht mehr weit zur Domhütte. Jetzt sind wir wieder retour. Und gut, zurück kommen wir. Volllässig. Jetzt ist der Vollmesatz jetzt gleich sehen. Jawohl, genau. Da unten unter dem Tobi, letztes Ziel für heute. Domhütte. Gewaltig. So, liebe Leute, wir sind jetzt seit fast einem Tag herunten vom Dom. Wir steigern demnächst von der Domhütte ab. Und bevor das wir absteigern, Tobi, dein Fazit zum Dom übern Festigrad. Gewaltige Tour. Richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Hier mit der Domhütte als Basis nach oben. Schöne Kletterei im Fels. Leicht luftig. Oben noch Eis mit dabei. Bis 45 Grad oder bis 50. Teilweise recht anspruchsvoll. Und wirklich landschaftlich wunderschön auf dem höchsten Berg der Schweiz. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es extrem gut gefallen. Ich bin ja auch schon ein paar Mal in der Schweiz gewesen. In der Mischabel-Gruppe war ich auch schon ein paar Mal über den Nadelgrad rüber. Aber der Dom, das war wirklich noch einmal ein ganz anderes Kaliber. Vor allem bei mir war es eben so, ich bin null akklimatisiert hergefahren. Ich bin auf die Domhütte zugestiegen. Und gestern halt dann doch auf 4500 und ein paar zerquetschte Meter rauf. Also das habe ich wirklich gemerkt, muss ich sagen. Aber ansonsten war es ein richtiger Genuss für mich auch. Dom-Festigrad. Ich muss sagen, ich habe ihn leicht unterschätzt im Vorfeld. Also der ist definitiv anspruchsvoll und knackig. Vor allem, wenn man solche Verhältnisse hat, wie wir gestern. Hast du noch was zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Ich glaube, wir haben uns auch ziemlich gut verhalten, was die Sicherung angeht. Vorbildlich. Und von daher können wir das Video auch so stolz präsentieren. Genau. Passt, ja. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen, außer ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall war, gerne wieder einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr vom Tobi und von mir von SummerWolts Kanal abonnieren, die Glocken aktivieren. Ich verlinke beide Kanäle. Also den Tobi seinen und meinen. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen, Kommentare gibt, einfach unten das Kommentarfeld benutzen. Danke, dass es dabei war. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Untertitelung. BR 2018